Jo Freunde, seit meinen letzten Videos Master in Challenges habt ihr ja dementsprechend relativ oft kommentiert Alter, wir fühlen genau was du meinst, unsere Teammates sind in der Regel und zwar richtig oft und eigentlich fast immer, scheißegal in welcher Elo, richtig crap und bodenlose Frechheit Freunde und ganz ehrlich, ich weiß auch nicht an was das liegt, ich hab mir letztes Mal ein Video angeguckt da hat jemand grafisch aufgelistet über, ich glaube eine ganze Season, wie seine Teammates im Gegensatz zu ihm performt haben und ich glaube wirklich, man konnte an der Hand abziehen, wann wirklich Teammates mal mehr Schaden gemacht haben als er wenn es ein adäquates Game war, das heißt also 90% der Fälle von Silber zu Master, zu Gold, zu Diamant, zu Platin hat ja immer durchweg mehr Schaden gemacht als seine Teammates, was irgendwie weird ist er ist jetzt nicht der beste Spieler der Welt, aber komischerweise bekommen sehr viele Leute immer sehr viel schlechte Teammates und irgendwie erfahren wir das alle und damals war das auch für mich so, okay gut, man hat so seine Pre-Mates, also seine dementsprechenden Leute die man am besten auch aus dem Real Life kennt, die sind meistens aber, ja, noch viel schlechter als einer selber oder als die Random Mates von daher muss man da irgendwie Leute finden, die auf dem gleichen Skill Niveau sind und die auch dementsprechend das gleiche Interesse daran haben in dem Spiel genauso gut zu werden, wie ihr sein wollt von daher gibt es da nur eine Methode, die ich für mich am besten herausgefunden habe und das sind wirklich adäquate Discord Server es gibt so viele Discord Server mit teilweise 60, 70,000 Mitgliedern wo ihr ganz gezielt nach eurem Skill Niveau suchen können und das zeige ich euch jetzt okay Freunde, nun sind wir im Discord drin ich denke mal, zu Discord muss ich nicht viel sagen wenn doch, da gibt es tausend Tutorials, wenn ihr es noch gar nicht kennt aber das ist eine Applikation, wo ihr dementsprechend einen Server erstellen könnt und wo ihr dann dementsprechend mit euren Mates zusammen auf einen Server gehen könnt ganz normal wie Teamspeak oder ein Ingame Chat, bloß alles viel besser was ihr jetzt aber machen könnt und das ist halt dementsprechend dieser absolute Game Changer bei Discord ihr könnt hier unten links auf Entdecker öffentliche Server gehen da klickt ihr rauf und jetzt könnt ihr hier zum Beispiel oben, ich hatte das jetzt schon eingegeben jetzt könnt ihr Entdecker Community eingeben und da gebt ihr jetzt zum Beispiel einfach mal Apex Legends ein wenn ihr Apex Legends eingibt, drückt auf Enter dann habt ihr hier zum Beispiel den allerersten Channel der für uns jetzt am interessantesten ist das ist Apex Legends Germany da klickt ihr rauf, dann könnt ihr join dann müsst ihr vorher hier oben so ein paar Regeln akzeptieren im Chat das werdet ihr aber, das wird aber alles gezeigt das ist also total simpel das ist also keine Kunst und hier könnt ihr jetzt, das ist halt total gut gemacht hier könnt ihr jetzt wirklich dementsprechend PC also Spielersuche, PC Casual, PC Ranked, Konsole Casual, Konsole Ranked, Arena Ranked, Arena Suche bla 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 das heißt also für mich, wenn ich jetzt Bock habe auf Pubs könnte ich jetzt hier einfach in die PC Casual Suche gehen und jetzt geht's hier los hat jemand Lust auf 101 Warm Up, hat jemand Lust auf den neuen Modus suche welche für neuen Modus oder zum Beispiel PC Ranked dann kann man zum Beispiel gucken Suche 2 für Platin 18+, brauchen noch einen für Silber Gold Suche 2 für Gold, DM, also Direct Message Me Suche 1 für Platin das heißt hier könnt ihr direkt suchen Hallo, ich bin der Beste der Welt und suche Master Spieler um Leute wegzubuttern das könnt ihr jetzt in diesen Discord Channel schreiben ihr müsst euch nicht auffassen, ihr müsst natürlich schon sachlich bleiben aber was man einfach machen könnte ist Looking for Member wir machen mal DIA Master Niveau plus 2 DM Me Looking for Member DIA Master Niveau dann bekommt ihr nur Nachrichten von Leuten die hoffentlich dann wirklich diesem Niveau entsprechen dann könnt ihr euch dementsprechend zusammenfinden dann könnt ihr eine Gruppe bilden und dann könnt ihr dementsprechend die Pub Lobbys oder halt auch die Ranked Lobbys richtig wegballern und damit Leute habe ich schon wirklich wirklich richtig richtig gute Mates gehabt oder dementsprechend auch richtig gute Mates gefunden mit denen ich heute noch seit Monaten, seit Jahren jetzt schon am Connecten bin und das funktioniert einfach mitunter am besten weil hier habt ihr genau auf eure spezifische Suche nach bestimmten Mates bekommt ihr hier genau das was ihr haben wollt in den meisten Fällen manche tun auch so dass sie natürlich so gut sind sind sie dann aber im Endeffekt nicht aber dann spielt ihr ein bis zwei rum mit denen und kickt ihn wieder raus dauert immer so ein bisschen Zeit aber hier findet ihr adäquate Mates die zu 90% besser sind als das was es APS Legends per Zufallsprinzip gibt Leute ich hoffe euch hat das Video gefallen würde mich mega freuen wenn ihr abonnieren würdet ist völlig kostenlos unterstützt mich ey viel Spaß Freunde im Ranked